Schiffe, Schiffe, sieh, es kommen Schiffe und Haken an. Sie sind voll mit Getreide, sie sind gelegt. Du hast uns, genau wie damals, die Not der Nächsten sehen. So wie St. Nikolaus, nicht tatenlos vorübergeh'n. Denn Not ist gut für jeder, es steht uns allen frei. So besser, jetzt und später seid ihr auch dabei. Denn wir wollen etwas tun für die Ademann, für die Menschen am Abend, für die Jugendlichen. Tag und Beute, Nikolaus, der das Geschenk mit uns oder mir ist heraus. Tag und Beute, Nikolaus, echt gut. Tag und Beute, Nikolaus, der das Geschenk mit uns oder mir ist. Schön, dass ihr noch mit auf den Weg durch Augsburg gezogen seid, nach dem Gottesdienst im Dom. Und beides ist auch ganz wichtig für den Frieden. Dass wir uns als Kirchen einsetzen für den Frieden. Und dass wir auch die politisch Verantwortlichen auffordern, sich mit allen Möglichkeiten für den Frieden einzusetzen. Der heilige Nikolaus, das ist ein echter Mann, der wirklich gelebt hat, der wirklich was bewegt hat. Und ihm wollen wir heute folgen. Da oben ist die Drohne, ihr könnt mal alle in die Drohne reinwinken. Das ist ein echter Mann, der wirklich hilft, es heilt die göttliche Kraft!